Die Top 6 Bluetooth-Headsets von JBL unsere Empfehlungen Ich habe die JBL Wave 200 TWS True Wireless In-Ear Bluetooth-Kopfhörer in schwarz gekauft und bin sehr beeindruckt. Die Ohrhörer sitzen bequem im Ohr und bieten eine hervorragende Klangqualität. Das integrierte Mikrofon ermöglicht klare Anrufe, ohne dass ich mein Telefon aus der Tasche nehmen muss. Ich bin auch begeistert von der langen Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden und dem praktischen Ladecase. Insgesamt eine großartige Investition für jeden Musikliebhaber, der unterwegs ist. Ich habe den JBL TUNE 510BT Bluetooth Over-Ear Kopfhörer in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Kopfhörer sind leicht, bequem zu tragen und haben eine lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Freisprechfunktion und der Kompatibilität mit Sprachassistenten. Die Klangqualität ist auch sehr gut und ich genieße es, Musik und Podcasts ohne störende Kabel hören zu können. Ich kann diesen Bluetooth-Kopfhörer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe kürzlich die JBL TUNE 230 NCTWS In-Ear Kopfhörer erworben und ich bin begeistert. Die True Wireless Bluetooth Kopfhörer bieten eine hervorragende Klangqualität und die Active Noise Cancelling Funktion eliminiert unerwünschte Geräusche in meiner Umgebung. Das Ladecase ist sehr praktisch und ermöglicht eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Die schwarze Farbe sieht sehr stilvoll aus und die In-Ear-Ohrhörer passen sich bequem meinen Ohren an. Insgesamt kann ich die JBL TUNE 230 NCTWS In-Ear Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen und leistungsstarken Kopfhörer ist. Ich habe die JBL Wave 300 TWS True Wireless In-Ear Bluetooth Kopfhörer in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Klang ist klar und kräftig und die kabellosen Ohrhörer sitzen sicher und bequem in meinen Ohren. Das integrierte Mikrofon funktioniert einwandfrei und ermöglicht auch problemlose Telefonate. Besonders praktisch finde ich das mitgelieferte Ladecase, das das Aufladen der Kopfhörer sehr einfach macht. Die Batterielaufzeit von bis zu 26 Stunden ist beeindruckend und ermöglicht mir stundenlanges Musikstreaming. Insgesamt kann ich die JBL Wave 300 TWS Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach hochwertigen Kabellosen In-Ear-Ohrhörern ist. Ich bin absolut begeistert von dem JBL Quantum 910 Over-Ear Gaming Kopfhörer. Mit kabellosem 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 und 3,5 mm Klinke ist er perfekt für alle Gaming-Plattformen geeignet. Headtracking-Funktion und ANC ermöglichen ein höchst Immersives Gaming-Erlebnis. Der Akku hält unglaubliche 39 Stunden und die verstellbare Passform macht ihn sehr komfortabel zu tragen. Zusammenfassend, ein sehr empfehlenswerter Gaming-Kopfhörer Ich bin sehr beeindruckt von den JBL Quantum 910 P Gaming Kopfhörern. Mit der Headtracking-Funktion fühlt es sich an, als wäre ich mitten im Spiel und die ANC-Funktion hilft dabei, sich ganz auf das Spiel konzentrieren zu können. Außerdem war ich überrascht von der langen Akkulaufzeit, 39 Stunden sind wirklich beeindruckend. Das Design ist auch sehr ansprechend und die Kopfhörer sitzen bequem auf dem Kopf. Ich würde diese Kopfhörer jedem empfehlen, der sich in das Spielgeschehen vertiefen möchte und auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Gaming-Kopfhörern ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.